Edgar Allan Poe – Das verräterische Herz Es ist wahr, nervös, schrecklich, schrecklich nervös war ich und bin ich noch, aber weshalb sollte ich wahnsinnig sein? Mein Übel hatte meine Sinne nur geschärft, nicht zerstört oder abgestumpft. Vor allem war mein Gehörsinn außerordentlich empfindlich geworden. Ich hörte alle Dinge, die im Himmel und auf Erde vor sich gingen, und auch vieles, was in der Hölle geschah. Wie könnte ich also wahnsinnig sein? Hören Sie zu, wie vernünftig und ruhig ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen werde. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie mir zuerst der Gedanke kam, doch als er einmal gekommen, quälte er mich Tag und Nacht. Einen Zweck verfolgte ich, nicht auch trieb mich kein Hass. Ich hatte den alten Mann lieb, er hatte mir ja nie etwas Übles getan. Er hatte mich nie beleidigt. Ich trachtete auch nicht nach seinem Golde. Nur sein eines Auge reizte mich. Ja, seine Augen müssen es gewesen sein. Es glich dem eines Geiers, war blassblau und von einem dünnen Häutchen bedeckt. Wenn sein Blick auf mich fiel, war es mir stets als gerinnertes Blut in meinen Adern. Und so entschloss ich mich dann allmählich, dem alten Mann das Leben zu nehmen. Um mich auf diese Weise für immer von seinem Auge zu befreien. Und deshalb hält man mich für wahnsinnig. Wahnsinnige wissen nicht, was sie tun. Aber sie sollten mich gesehen haben. Sollten gesehen haben, mit welcher Klugheit, mit welcher Überlegung und Vorsicht, mit welcher Verstellung ich zu Werke ging. Ich war niemals liebenswürdiger gegen den alten Mann als während der Woche, die der Nacht voranging, in der ich ihn tötete. Jede Nacht um Mitternacht drückte ich die Klinke seiner Türe nieder und öffnete sie. Oh, wie leise! Und wenn ich sie weit genug geöffnet hatte, um meinen Kopf durch den Spalt stecken zu können, zog ich eine dunkle Laterne hervor, die ringsherum verschlossen war, sodass kein Lichtschimmer nach außen dringen konnte, und ich streckte meinen Kopf ins Zimmer. Hätte jemand gesehen, wie schlau ich das anfing, sicher hätte er gelacht. Ich streckte ihn ganz, ganz langsam vor, damit ich den alten Mann nicht im Schlafe störte. Eine volle Stunde nahm ich mir Zeit, um meinen Kopf so weit durch die Öffnung zu zwingen, dass ich ihn auf seinem Bett erblicken konnte. Und dann, wenn mein Kopf glücklich im Zimmer war, öffnete ich die Laterne so vorsichtig, oh, so vorsichtig, ihre kleinen Angeln hätten ja knarren können, und nur so weit, dass ein einziger Lichtstreif auf das Geierauge fiel. Und dies tat ich, sieben Nächte hindurch, jede Nacht, genau um Mitternachtsstunde. Aber ich fand das Auge immer geschlossen, und deshalb war es mir unmöglich, diese Tat zu vollbringen, denn nicht der alte Mann ärgerte mich, sondern nur sein böses Auge. Und jeden Morgen bei Tagesanbruch ging ich ganz unbefangen in sein Zimmer, sprach mit ihm, redete ihn in herzlichem Tone mit seinem Namen an und fragte ihn, wie er die Nacht verbracht habe. Er hätte also ein ganz besonders argwöhnischer alter Mann sein müssen, wenn ihm jemals der Gedanke gekommen wäre, dass ich ihn jede Nacht um zwölf Uhr während er schlief aufmerksam und mit der fürchterlichsten Absicht betrachtete. In der achten Nacht öffnete ich die Türe noch vorsichtiger als gewöhnlich, die Minutenzeiger auf der Uhr bewegte sich rascher, als ich meine Hand bewegte. Noch niemals vorher hatte ich den hohen Grad meiner Selbstbeherrschung und meiner Klugheit so gefühlt wie damals. Ich konnte mein Triumphgefühl kaum wendigen, zu denken, dass ich hier allmählich die Tür öffnete und er auch im Traum nicht die geringste Ahnung von meinem geheimen Tun und Wollen hatte. Bei dieser Vorstellung konnte ich mich nicht enthalten, leise in mich hineinzukichern. Vielleicht hörte er es, denn in diesem Augenblick bewegte er sich in seinem Bett, als fahre er plötzlich aus dem Schlaf auf. Man würde nun vielleicht denken, ich wäre geflohen. Oh nein, sein Zimmer war stark finster, denn aus Furcht vor Räubern hatte er die Läden festgeschlossen. Ich wusste also, dass er nicht sehen konnte, dass die Tür ein wenig offen stand und mit zäher Beständigkeit öffnete ich sie langsam weiter. Und weiter. Mein Kopf hatte ich schon ins Zimmer gestreckt und wollte gerade die Laterne öffnen, als mein Daumen von dem inneren Zitteren von dem zinnernden Verschluss abglitt und der alte Mann im Bett aufsprang und rief, wer ist da? Ich verhielt mich ganz ruhig und sagte nichts. Eine Stunde lang zuckte ich auch nicht mit einer Wimper und während dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder niederlegte. Er saß also im Bett aufrecht und horchte, gerade so wie ich selbst es Nacht für Nacht getan hatte, auf das Ticken des Totenwurmers in der Wand. Dann hörte ich ein leises Stöhnen und ich wußte, es war das Stöhnen der Todesangst. Es war kein Schmerzensseufzer, kein Seufzer aus Kummer. Es war der leise erstickte Ton, der sich aus der Tiefe einer von maßlosem Entsetzen gequälten Seele losringt. Ich kannte diesen Ton wohl. Manche Nacht und Mitternacht, wenn alle Welt schlief, war er aus meinem Herzen aufgestiegen. Und sein schreckenvolles Echo hatte das Grauen, das mich von Sinnen brachte, noch erhöht. Ich sage, ich kannte ihn wohl. Was der alte Mann empfand, wußte ich und bedauerte ihn, obwohl ich ihn, obwohl ich mich im Inneren vor Vergnügen wand. Ich war überzeugt, dass er seit jenem ersten leisen Geräusch, das ihn im Bett auffahren ließ, wach lag und sagte mir, dass seine Angst von Minute zu Minute gewachsen, dass er vergeblich versucht, sie sich als grundlos darzustellen. Dass er sich eingeredet habe, es sei nichts, der Wind im Kamin, nur eine Maus, die über den Boden gelaufen oder ein Heimchen, das einmal kurz gezirbt. Ja, sicher hatte der alte Mann versucht, sich mit solchen Vorstellungen zu trösten, doch es wollte ihm nicht gelingen. Es war vergebens, weil der Tod herannahte und der schwarze Schatten, der ihm vorauseilt, schon auf dem Opfer war. Und dieser schauerliche, unbemerkte Schatten bewirkte, dass der alte Mann, obwohl er nichts sah, noch hörte, meine Gegenwart in seinem Zimmer fühlte. Als ich lange Zeit geduldig gewartet hatte, ohne zu hören, ob er sich wieder niedergelegt habe, beschloss ich, die Laterne ein klein wenig zu öffnen. Ich tat es, man kann sich nicht vorstellen wie behutsam, wie leise, bis endlich ein einziger dünner Strahl, schwach wie der Faden eines Spinnengewebes aus dem Spalt drang und auf das Geierauge fiel. Es stand offen, weit, weit offen, und als ich es sah, stieg eine wilde Wut in mir auf. Ich erkannte es, mit vollkommener Deutlichkeit, ein trübes Blau, mit einem scheußlichen Schleier darüber, dessen Anblick das Mark in meinen Knochen gerinnen ließ. Doch weiter sah ich nichts von dem Gesicht oder der Gestalt des alten Mannes. Denn ich hatte den Strahl unwillkürlich genau auf diese eine verdammte Stelle gerichtet. Ich hatte ja schon angedeutet, dass das, was man fälschlicherweise für Wahnsinn bei mir hält, nur eine verschärfte Empfindlichkeit der Sinne ist. So vernahmen meine Ohren jetzt ein leises, dumpfes, bewegliches Geräusch, wie es vielleicht eine in Wolle gewickelte Uhr hervorbringen würde. Auch diesen Ton kannte ich. Es war das Herzklopfen des alten Mannes, und es stachelte meine Wut an, wie der Trommelwirbel den Mut der Soldaten. Doch auch jetzt erzwang ich mich und verhielt mich ruhig, kaum daß ich atmete. Die Laterne hielt ich regungslos in der Hand und versuchte, wie sicher ich den Strahl auf das Auge des alten Mannes gerichtet halten konnte. Mittlerweile nahm das höllische Pochen seines Herzens immer mehr zu. Es wurde jeden Augenblick schneller und schneller, lauter und lauter. Dass ein Satzen des alten Mannes mußte den Höhepunkt erreicht haben, es wurde lauter, sagte ich. Jeden Augenblick lauter. Wird man mich gut verstehen. Ich sagte schon, daß ich nervös sei. Und dieses seltsame Geräusch in der toten, fürchterlichen Stille, die in dem alten Haus zu dieser Nachtstunde herrschte, wirbelte mich in wilden Schrecken. Noch einige weitere Minuten hielt ich an mich, stand ganz still. Aber das Klopfen wurde lauter und lauter. Ich dachte, es müsse das Herz zersprengen, und nun packte mich eine neue Angst. Die Nachbarschaft würde es ebenfalls hören. Da aber war die Stunde des alten Mannes gekommen. Mit gellendem Schrei riß ich die Blenden der Laterne auf und sprang in das Zimmer. Er schrie auf, einmal nur. In einem Augenblick hatte ich ihn aus dem Bett auf den Boden gerissen und das schwere Bettzeug über ihn gezogen. Dann lächelte ich vergnügt, daß ich die Tat so weit vollbracht hatte, aber das Herz schlug noch ein paar Minuten lang mit dumpfen Tone fort. Doch das, das ärgerte mich nicht mehr. Durch die Wand würde man es doch nicht hören. Endlich stand es still. Der alte Mann war tot. Ich räumte das Bettzeug beiseite und untersuchte den Körper. Ja, er war tot. Ich legte meine Hand aufs Herz und ließ sie mehrere Minuten lang liegen. Es klopfte nicht mehr. Er war bestimmt tot. Sein Auge würde mich nie, nie mehr quälen. Wer mich auch jetzt noch für wahnsinnig hält, würde Gedanken endgültig aufgeben müssen, wenn ich ihm erzähle, mit welch Weise vorsichtig den Körper verbarg. Die Nacht begann zu schwinden und ich arbeitete in schweigender Hast. Zunächst riss ich drei Dielen aus dem Boden des Zimmers und verbarg den Toten zwischen der Füllung. Dann setzte ich dieselben so geschickt, so schlau wieder ein, daß kein menschliches Auge, nicht einmal das seinige, die geringste Veränderung hätte wahrnehmen können. Da war ja nichts abzuwaschen, kein Blutfleck, nicht die kleinste Spur von einem einzigen Tropfen. Dazu war ich viel, oh, viel zu vorsichtig gewesen. Als ich diese Arbeit vollendet hatte, war es vier Uhr und noch so dunkel wie um Mitternacht. Gerade als die Uhr schlug, wurde an der Haustüre gepocht. Ich öffnete leichten Herzens, denn was hatte ich jetzt noch zu fürchten? Drei Männer traten ein, die sich als Polizeibeamte vorstellten. Während der Nacht hatte man in der Nachbarschaft einen Schrei gehört, der den Argwohn erregt hatte, es sei irgendein Verbrechen verübt worden. Man hatte die Polizei benachrichtigt, und diese hatte die Beamten abgeschickt, um sofortige Untersuchungen vorzunehmen. Ich lächelte, denn was hatte ich zu befürchten? Und ich hieß die Herren willkommen. Den Schrei behauptete ich, selbst im Traum ausgestoßen zu haben, und der alte Mann sehr aufs Land gereist. Ich führte die Besucher das ganze Haus und forderte sie nur auf, gut zu suchen. Zum Schluss führte ich sie in sein Zimmer und zeigte ihnen, dass sein Geld und seine Wertgegenstände sicher und wohlverwart da lagen. Im Übermaß des Gefühls meiner Sicherheit brachte ich Stühle in das Zimmer und nötigte sie, hier von ihren Anstrengungen auszuruhen, während ich in toller Vermessenheit, so vollauf überzeugt die Tat sei gelungen, meinen Stuhl gerade auf die Dielen stellte und unter denen der Leichnam meines Opfers lag. Die Polizisten waren zufriedengestellt. Mein Auftreten hatte jeden Verdacht zunichte gemacht, ich war in ausgezeichneter Stimmung. Während ich heiter auf ihre Fragen antwortete, plauderten sie dazwischen von gleichgültigen Dingen. Aber es dauerte nicht lange, da fühlte ich, wie ich erbleichte und wünschte, sie möchten gehen. Der Kopf tat mir weh, es sauste mir in den Ohren, aber sie blieben sitzen und sie plauderten weiter. Das Sausen in meinen Ohren schwoll an, es blieb und wurde immer deutlicher. Ich sprach lebhafter, um das schreckliche Gefühllos zu werden, doch es dauerte fort und fort und fort und wurde immer bestimmter, bis ich deutlich spürte, dass es nicht mehr in meinen Ohren war. Jedenfalls war ich jetzt sehr bleich geworden, aber ich sprach schneller und immer schneller mit lauterer Stimme darauf los. Allein auch der Ton wurde stärker, was sollte ich anfangen? Es war ein leiser, dumpfer, rascher Ton, wie in eine Taschenuhr, die man in Wolle gewickelt hatte, hervorbringen mag. Ich rang nach Atem, doch die Beamten hörten das Geräusch immer noch nicht. Ich sprach schneller, noch heftiger, doch das Geräusch nahm immer mehr zu. Ich stand auf und stritt mit gewaltsam angestrengter Stimme und heftigen Gebärden über Kleinigkeiten, aber auch das Geräusch wurde noch lauter. Weshalb gingen sie denn immer noch nicht? Ich eilte mit schweren Schritten auf und ab, als ob mich die Beamten durch ihr Beobachten bis zur Wut gereizt hätten. Vergeblich. Das Geräusch schwoll an. Mein Gott, was konnte ich noch tun? Ich schäumte vor Wut, ich raste, ich fluchte, ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen, scharte mit ihm auf der Dielen umher. Das Geräusch übertönte alles und wuchs und wuchs. Es wurde lauter, lauter, lauter. Und noch immer plauderten die Männer vergnügt und lächelten dazu. War es möglich, dass sie es nicht hörten? Allmächtiger Gott, nein! Nein, sie hörten es, sie schöpften schon Verdacht, sie wussten alles. Sie trieben nur Spott mit meinem Ersetzen. Dies dachte ich und denke es noch. Aber alles andere war erträglicher als meine Todesangst, war besser als ihr Hohn. Ich konnte ihr heuchlerisches Lächeln nicht länger ertragen. Ich fühlte, dass ich schreien müsse oder sterben. Und nun... Hör ich wieder lauter, lauter, lauter. Schurken, schrie ich, verstellt euch nicht länger, ich gestehe die Tat, reißt die Dielen auf, hier, hier, es ist das grauenhafte Klopfen seines Herzens.